Woden-Platform. Okay, so heißen sie also in der Fachsprache. Wusste ich jetzt auch noch nicht. So, dann gehe ich rauf und platziere sie. Ging ja ganz logisch, ne? Ähm, da sind die Wände, die ich brauche. Leut. Eieieieiei, bin ich ein Noob? Da, da, da. So. Zack, 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 zack. Na. So. Ich glaube, da habe ich zu wenig Wände für, um den ganzen Raum auszukleiden. Deswegen muss ich mir gleich noch mal ein paar neue machen. So. Ja, und genau, da auf Stichwort, fählen sie mir auch schon. Äh, da, wooden wall. Oh, ich sehe schon, ich brauche wieder mehr Holz. Ich brauche wieder mehr Holz. So, aber gleich, wenn ich die vier Kisten habe, dann kann ich das hier auch mal ein bisschen besser sortieren. Weil, ja, ich weiß, ich habe es schon erwähnt, aber ich habe es eben halt gerne sortiert in solchen Lagerräumen oder Kisten oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Steht euch ja frei. So. Ah, die Zombiesonnen, die machen mich auch ein bisschen kirre. Wie sie die ganze Zeit da so an die Wand kloppen. Sonst habe ich den ganzen Tag lang nichts anderes zu tun hin. Okay, haben sie ja auch nicht, ne? Aber den ganzen Tag sind sie ja weg. Hm. Fragen über Fragen. Ähm, ist das richtig so von der Höhe? Zack. Zack. Das ist ein über mir. Ja, genau so passt es. Wieso? Keine Ahnung, ich muss das jetzt mit Springen ausmessen. So, ich gehe noch ein bisschen dran. So, da. Und ich glaube, hier oben baue ich jetzt erst auch schon mal das Dach hin. Also so ein Schrägdach wahrscheinlich hier. Muss ich da mal jedenfalls noch gucken, inwieweit ich das noch modifizieren werde. Oder ist das irgendeinem anderen? Oh. Moment. Juhu. Geiler Zufall. Kann man nicht meckern. Ich habe aber noch genau ein Holzding. Richtig viel, nenne ich das. So, da noch eins. Und dann... So. So... Und... Oh. Mist. Jetzt brauche ich wieder ein bisschen mehr Holz. Seh' ich schon. Kann ich mir noch ein paar Wände machen? Ja, vier Stück. Sind verdammt viele, muss man sagen. Dahin, dahin, dahin und... Dahin. Ah, da waren es nur noch null. So. Jetzt muss ich mich hier mal ein bisschen durch die Zombies schnetzen. Erstens, weil die mich total nerven und mir auf den Sack gehen hier. Und zweitens, weil ich eben halt hier noch ein bisschen Holz holen muss. Und die Zombies stehen mir da irgendwie ein kleines bisschen im Weg. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade sehen könnt. Ich glaube nicht, aber ich würde gerade bei Steam angeschrieben. Ich bin gerade in einer Aufnahme. So. Ich hoffe, Terraria ist jetzt so lange weitergelaufen. Nicht, dass ich das am Ende noch passend zusammenschneiden muss. Oh. Äh. Wa- Warum? Ach, komm. Oh, ich muss den Leben. Scheiße, scheiße, scheiße. Puh. Noch gerettet. Und da sehe ich auch schon die Bäume des Glückes. Ich muss weg. Ich will, dass das Auge... Leute, achso. Ich will, dass das Auge mich nicht trifft. Aha. Jetzt warte ich. Oh, Mann. Ich kann mich auch nicht heilen. Vielleicht kann ich ja jetzt... Na los. Hi. Ja. Oh, Gott. Es kommt. Ich muss aber Bäume fällen. Taktischer Kampf. Ja. Oh, Gott. Jetzt kommt auch noch ein Zombie dazu. Nein. Nein. Oh. Komm schon. Das kann es doch nicht sein. Hm. Ja, super. Jetzt bin ich gestorben. Toll, Wurst. Anders noch mal von vorne machen. Na gut. Eigentlich nicht, aber... Ich habe hier wieder so ein Trippelschwert. Ich glaube, ich sammle davon mittlerweile voll viele, weil ich so oft sterbe. Oh ja, ich muss den Grabstein noch abbauen. Oh ja, ich muss den Grabstein noch abbauen. Auf zum Grabstein. Axt gegen... Okay, ich habe keine andere Axt. Da noch gegen... Iron, Copper. Oh, Eisen. Nice, nice, nice. Eisenherz ist noch ziemlich geil. Hm. Ja, so passt das. Ja, so passt das eigentlich. Na, Kaninchen? Oh. Nicht der Oster... Ach, scheiße. Jetzt habe ich den Zauber nicht erwischt. Nicht der Osterhase. Ach. Oh, da hinten ist ja noch ein Stern. Also, wie wie Stern? Ich habe auch bekommen, ne? Ich schaue unglaublich. Ich schaue unglaublich. Also, das ist tatsächlich eine große Menge. Und da links kommt gerade ein Zombie an. Hallo, Zombie. Na, willst du was auf die Fresse? Dann komm mal her. Ja. Auf die Fresse. Auf die Fresse. Ach, komm. Du hast doch eh keine Chance. Genau. Verrecken ist deine eigentlichste Möglichkeit. Und... Oh. Oh. Hier noch einen schönen Baum abflexen. Dass hier keine Motorsäge haben. Das wäre viel cooler. Ich kann noch so... Und dann alle weg. Dann wären die ganzen Bäume hier weg. Dann wäre der ganze Wald schon weg. Alle Wälder dieser Welt. Tänz, 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 tänz. Der Dance-Move bringt es immer wieder auf den Punkt. Yay. Holz. Slimes. Slimes, äh, und deren Animation. 植 Kupfer zu abtübt er die guten alten Slimes so die Kaputt und Dann, dann. Ja, ja, ja. Keine Gesprächspausen hier mal zwischendurch. Ein bisschen die Seele baumeln lassen, ein bisschen durchatmen. Das gehört, glaube ich, zum Let's Play mehr oder weniger dazu. Auch wenn es nicht immer optimal ist. Äh, Taube ist gerade gegen die Wand hier geflogen. Intelligentes Tier, intelligentes Tier. Da kommt sie zurück. Oh Mann. Ah, jetzt habe ich so ein Setzling bekommen. Achso, man bekommt ja nicht im Schneeterritorium. Oder im Biom oder wie auch immer. Läuft. Och, komm, dieses Vieh fliegt immer weg. Ich weiß jetzt eben halt auch nicht, ob ich die Bäume jetzt hier pflanzen kann. Also, diesen komischen Setzling. Ich versuche das einfach mal, hier das in den Schnee reinzustecken. Ich denke, das wird diesen kleinen Köttel hier zu klein sein. Und der dann so, oh nein, mir ist kalt. Und dann muss ich ihn ganz schnell wieder aus der Erde ziehen. Und dann funktioniert das alles nicht. Ne, funktioniert nicht. Was ist denn, wenn ich hier so ein bisschen Schnee mit Erde austausche? So ein Baumfarm mäßig. Mache ich mal ein bisschen größeres Feld. Vielleicht muss das ja so sein. Jetzt habe ich den Dirt abgebaut. So. Guck mal nochmal einen breiter. Also, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann liegt das bestimmt an der... An dem Biome, in dem ich drin bin. Und so. So, yeah. Ne, funktioniert nicht. Ach, doof. Muss ich ja extra immer ganz, ganz weit Richtung... Richtung Norden gehen. Hm. Das... Oh, das gefällt mir... Alter. Das gefällt mir hier weniger. Und die Landschaft hier ist auch noch ein bisschen zu spröde. Ah, okay. Oh lol, das sieht lustig aus. Was ist zu stabil. Was ist. Was ist. Bei. Er. �� என Martin. Atts Oder. Vielen Dank.